Dritte Bundesliga, zwölfter Spieltag, Dienstag, 24. November, 19 Uhr, Ferrell gegen 1860 München, 2 zu 3. Türkei München gegen Saarbrücken, 1 zu 1. Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg, 2 zu 3. Wiesbaden gegen Meppen, 2 zu 2. Urgüllen gegen der HDFC, 3 zu 3. Mittwoch, 25. November, 19 Uhr, Kaiserslautern gegen VfB Lüppig, 3 zu 2. Dynamo und Dresden gegen Haching, 2 zu 2. Bayern München 2 gegen Ingolstadt, 3 zu 3. Hekoria Köln gegen Zwickau, 4 zu 4. Ersefte Magdeburg gegen Hansa Roskog, 2 zu 2.